André ist ja viel mehr unterwegs auf Sommischäftsinn, der will irgendwie so, der sagt, er ist Geschäftsmann oder er möchte oder er findet jetzt so raus, dass er, dass er ganz gut wirtschaften kann, dass er, auf lustige Art und Weise eigentlich, ja, also so, ja, und bei Wladimir weiß ich es immer ja nicht so richtig, Wladimir ist irgendwie raumgreifend Dinge erfahren, die, ich glaube, eine Neugierde am Menschen, so, ja.